Herr Hofer, so geht das nicht. Na wieso denn? Was denn warum? Ihr habt noch gar nichts gemacht. Also erstens, haben Sie eine Riesensauerei mit Ihren Brüseln gemacht, die Sie garantiert nicht wegputzen werden. Und zweitens, wie sollen wir einen Check machen, wenn Sie nicht vernünftig sind? Ich bin nur vernünftig, Schwester Lisi. Rosi. Ja, sehr gut aussehend. Wie die allerdings jetzt ausschaut, keine Ahnung. Ich muss Schluss machen. Ist recht. Sehr gut. Herr Hofer. Ja. Mir persönlich ist es total wurscht, ob sich jetzt jemand braucht. Sie sind zu uns gekommen und hier sagen mir, was gemacht wird. Und telefonieren mit einem Handy wird im Krankenhaus nicht gemacht. Sonst. Was? Sonst? Sonst wird es konfisziert. Herr Hofer, jetzt habe ich Sie. Ja, mit dem Handy.